Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Großlust an steiner Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und nun auch aufnahmetechnisch im Jahr 2017 angekommen. Ich bin der Max. Und ich bin der Christian. Und heute haben wir uns ein richtig dickes Steak auf den Teller gelegt. Wir gucken... Ach, das ist ja schön. Ich kann dir sagen, es ist Folge 115 mit Marketa... Lazarova. Genau, weil beim Nachnamen bin ich noch nicht ganz so fach. Und da brauchst du mir hier gar nicht irgendwelche nicht abgesprochenen Sätze in die Schuhe schieben. Das ist ja krass. Ja, Max, tschechisches großes Kino. Tschechoslowakisch offiziell. Ja. Wir sind in welchem Produktionsjahr oder Veröffentlichungsjahr? Veröffentlicht 1967. Und falls du die nächsten 540 Tage nichts vorhast, Christian, können wir uns ja auch mal daran machen. Das war ungefähr die Drehzeit für den Film, habe ich gelesen. Nein. Oder die Produktionszeit. Kennst du denn da schon auch nähere Umstände? Oder halt, warte, warte, bevor du das ausführst. Eine Besonderheit findet hier gerade statt. Ihr seid das doch bestimmt schon gewohnt, dass da, oder ihr wisst vor allem schon, Max arbeitet im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock und macht dort regelmäßig einmal im Monat die Schatzkiste auf. Und das heißt, einen alten Film auf die große Leinwand holen. Vor Publikum gibt es dann auch immer eine Einführung. Und normalerweise würdet ihr jetzt die Einführung hören, weil ich jetzt gerade im Kino gewesen wäre oder gerade bin. Und wir auch nach dem Film dann die Filmbesprechung machen. Jetzt gerade ist aber das Besondere, ihr seid sozusagen in der Recherchephase dabei. Denn der Film läuft jetzt von unserem Aufnahmezeitpunkt aus erst in ein paar Tagen im Kino. Und wir sehen jetzt eine Sichtungskopie. Und du machst dir wahrscheinlich jetzt aufgrund des Films lauter Notizen. Oder wie läuft eigentlich so eine Vorbereitungszeit deiner Vorrede, die du dann vor Publikum hältst, bevor sie den Film sehen? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich mache mir beim Film gucken eigentlich keine Notizen. Ich gucke dann einmal den Film. Manchmal eben auch zur Auffrischung hier bei den John-Jones-Tingern war das eher so ein, naja, kann man nebenbei noch, ich weiß ja schon, was kommt so ungefähr. Und dann ist eigentlich eher Recherche, gibt es irgendwo Artikel, ist schon mal irgendwo was erschienen. Deswegen habe ich auch so ein bisschen das Händezittern gehabt schon bei Marketer. Aber habe jetzt schon so drei, vier Quellen, wo auch mal ein bisschen längerer Text ist. Und nicht einfach nur eben, ach, die fünf Sätze von Wikipedia kopiere ich mal schnell. Was sich, also mache ich natürlich trotzdem, da gucke ich rein auf jeden Fall. Einfach, um auch so einen generellen Überblick zu kriegen. Und manchmal steht da tatsächlich was Interessantes. Ja, und dann, wenn ich Glück habe, habe ich zufällig noch ein Buch irgendwo rumliegen, was eher selten der Fall ist. Aber genau, oder die Bonus-Materialien, wenn schon eine Veröffentlichung auf DVD-Blu-Ray schien ist natürlich nicht. Die werden dann knallhart durchgezogen. Aber das ist halt hier ein spezieller Fall. Bildstörung schaut, glaube ich, erstmal, was so im Kino so geht, bevor es dann die Veröffentlichung gibt. Also jetzt endlich ein deutscher Kinostart, ganz, ganz brandneu. Okay. Also wir sind jetzt an einem Mittwoch, schauen also den Film jetzt erstmalig und werden aber jetzt eine Zeitreise für euch Zuhörer machen. Denn wenn der Film dann ein paar Tage später an einem Samstagabend gezeigt wird, gibt es dazu folgende Einführungen von Max vor Publikum. Schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zur LIVU Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute Makita Lazarova aus der Tschechoslowakei von 1967 von Vranticek Vlasil. Mein Tschechisch ist ziemlich schlecht, deswegen bitte ich eventuelle Versprecher bei den Namen großzügig zu entschuldigen. LIVU Schatzkiste, wer es noch nicht kennt, es gibt neben den ganzen tollen neuen Filmen, die wir hier im LIVU zeigen, auch alte Filme und da bin ich überzeugt, die können gerade auf der großen Leimung nochmal so richtig ihre Kraft entfalten und deswegen lässt mich die Chefin das hier so ein bisschen machen. Und weil theoretisch jeder alte Filme vorführen kann, gibt es auch immer noch so eine ganz kleine Einführung von mir. Und die versuche ich jetzt wirklich kurz zu halten, weil der Film drei Minütchen länger geht. Ein sehr berühmter Film in Tschechien, man kann sehen, er hat sogar 2011 eine Briefmarke bekommen. Drei wichtige Personen, die mit diesem Film zu tun haben. Die erste ist der Schriftsteller der Vorlage, der heißt Vladislav Vanschura. Das ist dieser Mann da rechts mit dem kurzen Haupthaar. Geboren Ende des 19. Jahrhunderts, gestorben bzw. standrichtlich erschossen 1942. Als Richard Heydrich bei einem Attat ums Leben kam, wurden sehr viele Menschen im Widerstand in der Tschechoslowakei ebenfalls dann von SS-Truppen niedergemacht. Und er war einer von diesen. Er war einer der intellektuellen Linken. Er hat eine wichtige Künstlerbewegung in der Tschechoslowakei mitbegründet, ist da dann kurz Zeit später wieder raus, weil ihm das irgendwie nicht mehr so passte. Er war Mitglied in der Kommunistischen Partei, ist da dann auch ein paar Jahre später rausgeflogen, weil er auch da andere Ansichten hatte. Und war ein Künstler in der Hinsicht, dass er nicht nur Bücher geschrieben hat, er hat auch Gedichte geschrieben. Er hat sich selbst als Regisseur ausprobiert. Und eines der Bücher, das er eben geschrieben hat, war 1931, Marketa Lazarova, auf dem dieser Film sehr lose basiert. Das ist ein 120-Seiten-Roman wohl, der weniger an der stringenten Handlung interessiert ist, als vielmehr an Bildern und Eindrücken und Ähnlichem. Und dann, die zweite wichtige Person, der Mann hier hinter mir, das ist der Regisseur Vrantišek Vlažil. Er wird teilweise irgendwie der tschechoslowakischen Neuen Welle zugeordnet. Wer kennt sich in der tschechoslowakischen oder tschechischen Neuen Welle aus? Genau, es gibt da so Namen wie Jura Scherz oder Vera Šytilova und einen Namen, einen tschechischen Regisseur kennen Sie bestimmt alle. Wer meint, er kennt einen tschechischen Regisseur? Einfach mal reinrufen. Jörg Vormann oder Kada. Genau, Jörg Vormann zieht er auch mit zu. Und bei Vlažil war so ein bisschen das Problem, dass seine Filme nicht ganz so kompatibel waren, wie bei dieser tschechischen Neuen Welle. Milos Vormann hat es zum Beispiel gemacht, Amadeusz und einer flog über das Kuckucksnest. Und dann noch die dritte Person hier, das ist die Hauptdarstellerin, die spielt die Marketa. Das ist Magda Vajaryova. Und weil wir uns ja alle in der europäischen Politik so gut auskennen, wissen wir, sie war nicht nur Schauspielerin, nein, sie ist auch noch Politikerin geworden. Sie war Botschafterin der Tschechoslowakei in Österreich und dann auch noch der Slowakei in Polen. Und 2006 ist sie sogar in den Slowakischen Nationalrat gewählt worden. Ein abwechslungsreiches Leben bei ihr also. Ja, der Film selbst wurde angesetzt mit einem Budget von 7 Millionen tschechischen Kronen. Das hat nicht ganz geklappt, am Ende waren es rund 13 Millionen. Das lag auch mit daran, dass die Produktion so rund anderthalb Jahre, also 540 Tage dauerte und damit auch wirklich so Dreh gemeint ist und alles. Der Regisseur war ein bisschen pedantisch und sehr penibel. Er wollte zum Beispiel, dass die Schauspieler vor dem Dreh mal zwei Monate nur mit Fällen in einem Naturschutzgebiet lernen zu überleben und zu leben, damit sie ein Gefühl dafür kriegen, wie das so im Mittelalter war, der Film spielt im Mittelalter, dass das also auch authentisch wirkt. Gedreht wurde dann auch viel in den Barandow Studios in Prag. Weiß nicht, ob da schon mal jemand war zufällig. Es ist eines der größten und ältesten europäischen Filmstudios. Es gibt zum Beispiel auch das China-Chita in Rom oder eben die Babelsberg-Filmstudios bei Berlin. Und der Film, einige hier sind ja glaube ich noch so ein bisschen guter Stimmung. Die wissen vielleicht noch nicht genau, was sie jetzt erwarten könnte. Es ist nicht der leichteste Film, wenn sie der Meinung sind, Moment, was hat diese Person gerade und war der nicht vorhin schon mal? Alles halb so wild. Der Film setzte auch ein bisschen auf Verwirrung, wenn man nicht alles versteht. Es gibt einen Erzähler, der wird sich ein bisschen durch den Film führen und es ist auch nicht alles bierernst, was in diesem Film hier geschieht. Sie können also auch lachen, wenn sie der Meinung sind, dass das lustig ist. Und wenn sie irgendwie mal das Gefühl haben, Moment, war das jetzt vorher oder hinterher? Wir sind nicht in einem Mainstream-Film, wo uns jede Zeitebene und jedes Bild erklärt wird. Nein, sie können sich selber Gedanken machen und selber entscheiden, was das gerade zu bedeuten hat, ob es vielleicht auch nichts zu bedeuten hat und der Regisseur einfach nur mal ein bisschen durchgedreht ist hinter der Kamera. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall anregende Unterhaltung jetzt mit Marketa Lazarova. Dankeschön. Oh, wir wissen also noch nicht. Das haben wir ja schön gesagt. Ja, das hast du mit Sicherheit sehr schön gesagt. Wir, wie gesagt, haben das jetzt noch gar nicht hören können. Max, mach die Vorbereitung jetzt erst nach der Sichtung. Ich finde das ein schönes Experiment. Ich bin mittendrin. Ja, also deswegen lass uns vielleicht auch nicht noch weitere wunderschöne Details jetzt so aus der Nase ziehen oder irgendwie aus der Hüfte hervorzaubern, die du jetzt schon schön kompakt den Leuten präsentiert hast. Stattdessen werden wir uns jetzt einfach den Film mal anschauen und sind auch dann ja wieder in noch eine weitere Zeitreise gleich wieder bei euch da. Uiuiui. Uiuiui. Konetsu? Ne, oder wie heißt Ende auf Tschechisch? Also K-O-N-E-C und ich würde sagen Konetsch. Ja, Konetsch. Jetzt Ende, knapp drei Stunden später und ich habe jetzt nur eine einzige Sache noch mal kurz schnell im Internet nachgeschlagen. Ob denn überliefert ist, von wem folgendes Zitat stammt? Wer im Kino schläft, vertraut dem Film. Angeblich Jean-Luc Godard, aber ich würde mich nicht wundern, wenn sich das als moderne Legende herausstellt. Ein bisschen wie Goethe, alles was, wer hat es gesagt, wer hat es geschrieben? Ja, Goethe, in Deutschland. Er kannte nur das mit dem Kino noch nicht, aber jedenfalls nehme ich das immer wieder gerne mal heran, wenn ich sanft entschlummere und ich freue mich jetzt schon drauf, wie wir ein bisschen die Puzzlestücken zusammensetzen von unserem Maketa Lasarov. Also Lasarov war geschrieben und wir haben ja nur festgestellt, also es ist anscheinend wie auch im Skandinavischen, dass die gerne eben die Namen der Eltern und dann eben je nach Jungen oder Mädchen anscheinend ein Offer für die Tochter heranhängen. Genau. Maketa, Tochter von Lasar. Ah, da gut ist das, ja stimmt, jetzt bringe ich das zusammen. Ich habe das an anderer Stelle mal erfahren, dass das so ist, dass an all den weiblichen Namen, also bei den Frauen immer noch an den Nachnamen rangehängt wird, aber genau so stimmt, ja. Ich kenne das wie gesagt eben mit dem dänisch-schwedischen vor allem, dass dann eben Svensson ist, also der Vorname ist Martin und Svensson heißt dann eben Sohn von Sven und der Vater hieß eben Sven Xlikson und so weiter. Und so heißt der Sohn von Martin dann Martinsson. In der Theorie. Aber ist es denn damit ein eigenständiger Nachname und das nächste Mal hängt dann nochmal ein Offer ran? Deswegen ist eben die Frage. Ja gut, also wir sind ja mittendrin in unseren steilen Thesen und vor allem auch im Halbwissen. Ich, ja weiß ich gar nicht, also ich hätte jetzt aus gegebenem Anlass wenig Möglichkeit, den Film zusammenzufassen. Warst du es? Wir sind irgendwo im Mittelalter. Ja, stimmt so. Und es ist irgendeine tödliche Fede, entspinnt sich durch all den, ausgehend von einem völlig zufälligen Überfall auf einen Zug von Sachsen. Ja. Und dann beginnt das mit all den Verwicklungen und irgendwie taucht dann in diesem Zusammenhang auch mal die Figur von Marketa auf, die deutlich am Randiger, deutlich weiter am Rand steht, als ich das gedacht hätte vorher. Ja, als vielleicht der Filmtitel das auch suggeriert. Und man kann schon auch sagen, dass so hintenrum wird es kurz mal ein bisschen klarer, bevor es wieder im, ja vielleicht im Nebel des Waldes auch wieder verschwindet. Die Klarheit jedenfalls. Ja, und ich glaube, diese zusammengestammelte Inhaltsangabe oder der Ereignisse des Films zeigt eigentlich schon, oder ist ein guter Indikator dafür, es geht glaube ich mehr, ein Film, der sich eben Bild und Ton so sehr zu eigen macht, dass das vielleicht uns übliche stringente Handlungsgeflecht gar nicht so im Zentrum steht. Ich meine, ich kann ihm ja auch nicht vorhelfen, dass er seine Handlung nicht gerade raus erzählen würde. Also wirklich, er hat zwar mal so ein, zwei Zeitsprünge und hüpft mal so ein bisschen her, aber grundsätzlich, wir kriegen genug Tafeln eingeblendet, was als nächstes passiert. Was ja zum Beispiel schon auch ein Stück weit unkonventionell ist, dass einem sozusagen die Zwischentafeln nicht unbedingt in eine bestimmte, also sie überbrücken nicht etwas, sondern sie nehmen etwas vorweg. Und der Brückenteil wird meistens auch gerade am Anfang so doll weggelassen, dass man sehr desorientiert ist. So ich würde sagen, die erste Stunde ist man sich wirklich oft noch sehr unsicher. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn so nach einer Stunde man merkt, ab jetzt tauchen die Figuren, die die ganze Zeit immer wieder plötzlich aufploppten, erneut auf und wir lernen nicht noch neue Charaktere kennen. Das ist dann irgendwann etwas tröstlich und gibt etwas Halt. Also ich habe dann auch versucht, mich an den äußerlichen Merkmalen zu orientieren. Also der einarmige Adam und sein Bruder. Ja, es ist tatsächlich auch voll davon. Sie wechseln ja auch nicht die Kostüme oder so. Also die einzige, die ab und ab und ab Markete hat, das ist das eine oder andere Mal auf noch etwas anderes an. Aber die ist an anderen Merkmalen deutlich zu erkennen. Und damit meine ich nicht ihre nackten Brüste, die, wie ich finde, hier ganz schön vordergründig am Anfang zur Schau gestellt werden. Also Vergewaltigungsszenen mit wunderschönen ausgeleuchteten und positionierten weiblichen Brüsten von sehr jungen Frauen. Da bin ich immer sehr skeptisch. Wobei, bei der ersten Sexszene, war sie das nun eigentlich oder war es noch eine, war es noch eine andere? Ja, die erste, also das erste Mal als Nacktsfleisch zu sehen ist, ist das dann, oh, das ist wie abwertend. Oh Gott, oh Gott. Ich möchte mich hier mal kurz beentschuldigen. Es war ein langer Tag schon jetzt. Nein, also es stimmt, es gibt ja tatsächlich noch eine andere Frau mit dunklen Haaren. Ich vermag es nicht genauer einzuordnen. Also die, die ja gezeigt worden ist, die hatte mir halt auch abweichende Haare von Marketa, ohne dass ich jetzt sagen würde, das war diese Alexandra. Also so dunkel waren die Haare auch nicht. Aber ich hatte nicht so hundertprozentig das Gefühl, oder ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob das nur Marketa sein sollte. Und wenn, war es ja sowieso in der Zeitlinie ein bisschen irgendwie verschoben, weil der Typ, mit dem das passiert war. Es ist doch Christian, der da verführt wird. Oder nein, es ist der Einarmiger? Ah ja. Genau, ja. Freuen wir uns auf die Zweitsichtung. Also ich, an alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt hier reingesappt haben, in dem Gefühl, von einem Film etwas überfordert gewesen zu sein und hier jetzt Klarheit zu finden, das ist jetzt wirklich die Fortsetzung von Marketa. Ja, und nur etwas weniger geschliffen, werden wir auch nicht viel mehr Licht ins Dunkel bringen. Ja, ich weiß nicht, ich wollte kurz so einen Gedanken einfach mal am Anfang reinschmeißen, bevor wir uns jetzt so in weiteren inhaltlichen Abbiegungen verheddern. Das tun wir bestimmt eh noch. Der Film, ich würde in diesem Film sehr einfach zehn Bilder finden, als Standbilder nehmen, die Meter groß, von mir aus zehn. Zehn mal vier Meter in eine wunderschöne Halle hängen und es wäre ein beeindruckendes Spektakel. Das wäre ein Kunsthighlight ohne Ende, sich in diesen Breitwandbildern zu verlieren, in diesen genialen Kompositionen. Das war wirklich, also das ist so voll davon, dass mich das eigentlich irritiert, dass mich das jetzt als Film wirklich emotional fast gar nicht erreicht hat. Wann immer es mal diesen Moment gab, dass mein Gehirn kurz mal Pause gedrückt hat, war das wirklich klasse. Also auch durchaus in dem, was in den Bildern an erzählerischer Kraft drin steckt. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, hier wird gerade so Style over Substance so gespielt. Ich habe das Gefühl, dafür ist viel zu viel Mühe und Überlegungen in einige, auch eher komplexe Kamerageschichten hinein. Ich merke aber, dass sozusagen die Erzählhaltung des Films, die geht richtig, richtig schön gezielt, rollt der Filmzug so an mir vorbei. Ich stehe so, guck, und dann ist es auch schon wieder irgendwo anders. Also da frage ich mich zum Beispiel auch, wie das bei einer zweiten oder dritten Richtung dann wirkt, weil man, also ich habe es auf jeden Fall gemerkt, ich hatte in einem Forum, das hatte einer geschrieben, ja, das Problem waren in Anführungszeichen die Untertitel, weil man gar nicht die Zeit hat, sich immer auf die tollen Bilder zu konzentrieren. Und wenn man dann irgendwie schon sozusagen die Geschichte kennt oder was so eben erzählt wird und dann eben das sich noch ein bisschen lösen kann von den Untertiteln, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus nochmal eine andere Wirkung dann hat. Also ich habe auch immer so, auch als Schnellleser und so ist alles eben schon nicht einfach. Ich weiß nicht, wie hoch so die Verständnisfrequenz war. Also gelesen habe ich das auch alles, aber es gab schon Momente von, bevor auch nur ansatzweise gerattert ist, was ich da gerade gelesen habe, gab es schon den nächsten Text. Ja, oder das nächste Bild, wo man ja schon, wow. Also da muss ich auf jeden Fall zustimmen, klar, also was da sowohl als Standbilder, als auch dann eben vor allem diese ganzen Kamerafahrten oder Plansequenzen. Also was so den, wie heißt der noch, Dolly Zoom, ne? Wie heißt der Dolly? Also du meinst, wenn... Der Vertigo-Effekt. Ja, der, ja, klar. Also gerade zum Schluss, wo ich dann überlegt habe, ist das jetzt sozusagen nochmal die nächste Stufe, sie geht auch noch rückwärts dabei. Also wir haben auf jeden Fall dieses Vertigo-Ding, die Brennweite und alles, aber, oh Gott, sie bewegt sich auch noch, aber bewegt sich rückwärts oder toll, denke ich nur, oh Gott. Ja, also das ist der Hammer. Ja, meinst du sogar auch genau, es gibt nur ein, zwei Stellen, aber besonders auffällig in der Sequenz, wo, glaube ich, Christian Richtung eines Hauses oder eines Dorfstücks irgendwie so geht. Und dann man immer das Gefühl hat, obwohl er sich darauf zubewegt, bewegt sich das von ihm weg. Das ist immer und ich meine, wo Marketa quasi vor so einem Gitter, vor so einem Tor steht und dann die Kamera geht nach hinten und so ist es. Und dann habe ich auch das Gefühl, sie bewegt sich rückwärts, obwohl sie eigentlich vorwärts gehen sollte, habe ich so und das ganz doll so, oh, oh, oh. Nee, das Ding ist, genau, durch diesen Zoomen entsteht ja quasi entweder, dass der Hintergrund sich entfernt oder größer wird, obwohl sozusagen die Entfernung zur Person scheinbar sich nicht verändert. Und ich glaube, sie geht tatsächlich kleine Schritte vorwärts. Da ich das aber der Hintergrund hinter ihr dichter heranzukommen scheint, entsteht natürlich das Auge genau das Gegenteilige. Das ist ja, also ich finde ja, dass, also gerade jetzt diese beiden Sequenzen sind ja Teile von solchen eher so traumartigen Montagen. Und ich finde, dass der Film für mich am überzeugendsten und fast schon emotional packend ist, wenn ich in solchen Traummontagen bin. Also gibt es so einige, die auch ein erstaunliches Tempo entwickeln. Also ich will ja auch recht geben, dass die Kamera, die ja wirklich rastlos und gelegentlich entfesselt durch die Szenerien schwebt, kreist und manchmal auch ruckhartig hinein hackt. Ja, aber also das hat auf jeden Fall eine tolle Dynamik. Aber nur in den Traumsequenzen fügt sich das für mich so zusammen, weil dann der Schnitt manchmal auch so assoziativ zwischen vielleicht Erinnerung, Gegenwart, Vorstellung. Also ich finde, dass das dann einen gewissen Fluss entwickelt, der für mich dann sofort wieder zum Stehen kommt, wenn wieder ich mit Dialogtext oder eher so Monologtext zugetextet werde. Aber finde ich eigentlich durchaus, ja logisch oder also nachvollziehbar, also geht mir wahrscheinlich sogar ähnlich, weil natürlich der Traum ja eher das ist, wo du sowieso auf dieser Ebene angesprochen wirst und nicht auf dieser Handlungsebene natürlich. Und auch das Split-Diopter sei hier nicht unerwähnt gelassen. Also beim ersten Mal habe ich noch so gedacht, war das jetzt? Und dann beim anderen Mal ist das so ganz extrem. Also das ist schon, wir sind immerhin 67 und auf der anderen Seite vom eisernen Vorhang. Also klar, die haben natürlich auch eine ordentliche Ausbildung. Das habe ich so zwischendurch mal überlegt. So klar, wir haben ja vorhin gesagt hier, der Film hat x-tausend Tage quasi Drehs- oder Produktionszeit gehabt. Und man kann sich vielleicht denken, dass nicht jede Einstellung sofort geklappt hat. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, ich hatte Andromeda-Strain hier, tödlicher Nebel aus dem All oder Gefahr aus dem Wälder, wie er heißt, gesehen. Und da habe ich auch gedacht, Mann, hier ist eigentlich wirklich, wie viel hier in jedem einzelnen Bild drin steckt. Also so wirklich die Komposition der Bilder. Und da denke ich mir immer, ist das heute anders? Sind die heute einfach nicht mehr so gut? Gucke ich die Filme nicht, wo das so gut ist? Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe das Gefühl, so ein Ding haut locker vom letzten Jahr und wahrscheinlich auch von diesem Jahr genug Kinofilme einfach an die Wand. Mit dem, was er hier an Können zeigt. Oder wie hier Film. Das ist eben Film, ja. Ja, pauschal würde ich dir je nach Stimmung mal zustimmen und mal sagen, naja, den betreibt man nicht. Aber womit ich auf jeden Fall mitgehe, ist, dass mit so einer Sorgfalt die Bilder hier komponiert sind. Und das oft auch in, also genau, also gut, es gibt auch die ein oder andere Kampfszene, da wird dann auch auf eine Handkamera zurückgegriffen. Aber immer wieder tauchen da drin sehr aufwendig gestaltete Einstellungen auf. Und auf jeden Fall verdient sich der Film sozusagen sein Cinemascope-Format. Es wird also wirklich intensiv in die Breite gearbeitet, oft auch mit sozusagen, ob es jetzt ein Blick in die Tiefe oder ob das einfach eine Aufstellung ist. In der, also, ein besonders fesselndes Bild ist relativ weit zum Schluss, wenn in einer ganz hellweiß strahlenden Kirche, bei der nur so die schwarze Oberrobe auf der einen Obernonne-Schwester dort so drauf liegt. Und Marketa kniet da mit dem Kind, die Ordensschwester, die steht. Im Hintergrund sind all die anderen Schwestern so verteilt. Also das hat eine, also ich habe das Gefühl, jeder einzelne Millimeter ist sehr genau überlegt, ausgewogen, komponiert. Das ist für mich das gruseligste Bild. Ich habe Angst gekriegt, also ohne Schein. Also das hat auf jeden Fall eine, genau, das ist eins von diesen Bildern, das mit einer großen Wucht und Strahlkraft daherkommt. Und da finde ich zum Beispiel oft das wirklich verschwenderisch, wie zig Filme, die auch in Cinemascope gestaltet sind, das nicht nutzen. Also wirklich ohne weiteres ich das Gefühl habe, ja, da hat das damals auch keinen Stress gemacht, als zu VHS-Zeiten immer schön pen and scan, das 4 zu 3 Format da, die Hälfte des Bildes weggeschmissen hat, ist gar nicht weiter negativ aufgefallen. Dem Film würde das glatt die Beine weghauen. Da würde jegliche kompositorische Kraft verlieren. Der arme Typ, der das machen müsste. Ja, ja, genau. Das hat auch unlösbare Probleme hervorrufen, wo, also ich meine, sie wurden ja übrigens bei pen and scan damals wirklich dadurch gelöst, dass nicht nur pen und scan, sondern eben auch zack, schnitt, schnitt. Also es wurden dann also Schnitte eingezogen in Sequenzen, die eigentlich ohne Schnitt als totale funktioniert hatten. Und das wäre hier an einigen Momenten auch nötig gewesen. Also ja, gar keine Frage. Ja, sag mal, bei dir, also bei diesem Kirchenbild, ich habe irgendwie das ganz unwohl Gefühl, weil du hast gedacht, Alter, jetzt ist hier total hell und so viele Menschen. Vorher war immer so düster und wir töten, ich töte dich, du tötest mich, lass ihn noch leben, nein, töte ihn. Und jetzt ist hier sozusagen, ah, die Herrlichkeit, oh Gott, ich habe mich total unwohl gefühlt. Also dieses Bild einfach. Ja, und davon, das ist ja sozusagen der Höhepunkt in einer Reihe von Kirchenszenen, die ja alle eher unheimlich sind. Und diese, vor allem diese Ordensschwester, so nenne ich es jetzt einfach, die ist ja extrem unheimlich. Also es wird ja am Anfang so kurz so getan. Nee, oder ich finde es eigentlich interessant, dass an dem Moment, wo der Vater, jetzt ist der Vater, hoffe ich, weiß ich gar nicht genau, entscheidet, seine Tochter in die Hände von Gott zu geben und damit in dieses Kloster. Es ist ja eher so, für mich als Zuschauer, oh Gott, das geht bestimmt nicht gut. Dann passieren so viele schreckliche Dinge. Na ja, vielleicht geht es ihr da wirklich besser. Und wenn sie denn da final an diesem Ort ist oder diese Aktivität dort zelebriert wird, von der mir leider nicht ganz klar ist, was da eigentlich passiert. Dafür habe ich leider zwischendurch zu oft gepennt. Es ist so, dass ich dieser Frau auch zutraue, dass sie gleich einen Dolch rausholt und mal jemanden opfert oder so. Kannst du noch gut zusammenkriegen, worum es dort in dieser Zeremonie ging? Also die haben halt gebetet und ich würde vielleicht sagen, Aufnahmeritus, also dass sie jetzt einmal sich freimachen soll von ihren bisherigen Sünden, damit sie jetzt eintreten kann. Und wie gehört dieses Kind da hinein? Ich weiß es nicht. Alles klar, gut, ich beströste mich ja auch. Ich habe auch kurz überlegt, ob es dieser Iso ist oder so, der einmal irgendwie als der Bruder auftauchen soll von dem Nachwuchs da. Also ich, das wäre auch so die Stelle. Just for cuteness. Ja, 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 gerade weil du diesen Gag machst. Das wäre so für mich jetzt auch mal so die Stelle, wenn wir das als Beispiel nehmen. Ich wege ja immer oft ab und wenn ich so spüre, da vermischt sich jetzt Unwissenheit mit Unaufmerksamkeit bei mir, finde ich, ist das keine gute Grundlage, um Kritik zu äußern, sondern eher so für mal Fresse halten so und mal horchen, wie es anderen geht. Jetzt haben wir nun mal gerade nur uns und diese schlummerige Vorführung. Ich finde das schon auch eigentlich eine Zumutung. Das ist eine von diesen Zumutungen, die ist dann irgendwie zu viel. Da kann ich dann so als Zuschauer nicht mehr mitgehen. Da erreicht es mich dann wirklich nicht mehr, wenn also, das ist ja ein hochintensives Bild. Da gibt es ja in dieser Kirchenszene, von der wir da gerade sprechen, gibt es ja dann auch einen extrem krassen Close-Up von zwei Hälften, einen Gesichtshälften. Die eine von Marketa so dem Jungen zugewandt, für uns nur im Profil. Der Junge schaut so fast schon in die Kamera und wir sehen ja mal nur das eine Auge, das dann so fast geisterhaft auch diesen weißen Schimmer hat. Also das brennt sich schon ein, aber es verliert, also es macht mich dann schon auch wütend, weil ich es jetzt ja nicht greifen kann. Also es schreit nach Bedeutung, es ist also filmtechnisch mit allem aufgeladen, was man irgendwie tun kann, damit es bedeutungsschwanger aussieht. Da drüber ein Chor und ein Monolog der Kirchen, der Ordensschwester. Aber what the fuck? Also verstehst du? Also wenn das denn so, also das ist ja nun wahrlich nicht die einzige Szene, die sozusagen derart aufgebrezelt, sozusagen um meine Aufmerksamkeit und um Interpretation buhlt. Und ich bin heute nicht bereit zu sagen, naja, ich tue mich mit Symbolen ja eh ein bisschen schwer. Ich denke einfach, nee, ich finde der Filmemacher hat sich ein bisschen schwer getan, sich dem Publikum gegenüber zu öffnen. Hier wurden Mauern gebaut, da ist es nicht durchlässig, ich komme da nicht ran. Also ich hatte öfter den Eindruck, dass ich dachte, wow, was für ein Bild. Und dann geht es aber schon wieder weiter und dann sind schon wieder drei weitere War-Bilder. Und ich denke, was wollte er mir denn eigentlich nochmal mehr sagen, als das, was ich da jetzt gezeigt bekommen habe? Und es ist einfach grandios in Szene gesetzt? Oder ist eben noch irgendwo das Symbol? Also gerade diese Parallelmontagen, finde ich, da habe ich noch ein ganz schnelles Gefühl, ach, damit möchte er mir das sagen hier, wenn das die erste Sexszene und gleichzeitig wird die Taube geopfert, ist eben die Unschuld stirbt. Und dann finde ich natürlich auch wieder diesen, in Anführungszeichen, ironischen Kommentar, wenn dann die Schlange auch noch ermordet wird direkt hinterher. Und dann eben am Schluss diese Parallelmontage, die beten, vergib ihnen die Sünden und lass diese Männer bloß nicht sein. Und gleichzeitig sehen wir eben, wie die sich da alle gegenseitig niederknüppeln. Auch, kann ich auch drüber lachen. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es eben manchmal so Bilder gibt, wo ich denke, wow. Da bin ich aber eher noch geneigt zu sagen, vielleicht habe ich es halt nicht jetzt so begriffen oder war jetzt gerade noch mit anderen Sachen und deswegen noch nicht auf dem Stand und müsste das eigentlich noch viel mehr wertschätzen. Ja, ich finde, also ich merke, ich komme auf so eine Schiene mit, ich kann wertschätzen, dass der Film die ganze Zeit oder die Macher dieses Films wirklich absichtlich auf dieser, sozusagen den Weg auf der Klinge gehen. Wir machen es uns jetzt sozusagen beim Erzählen nicht einfach. Also schon gar nicht, wenn wir uns so viel, so mühevoll diese Szenen gestalten. Und ich finde übrigens auch die Schauspieler, da können wir vielleicht später noch ein bisschen weiter darauf eingehen, wirklich auch großartige Arbeit leisten. Also wirklich, also da keiner sich irgendwie, also die spielen das schon mit so einer Überzeugung, das Gefühl habe, die sind komplett drin. Die spielen nicht, die wirken nicht wie im Delirium, die sind mittendrin. Die leben das gerade, die Momente. Auch wenn ich sie selber gerade nicht verstehen kann als Zuschauer. Jetzt ist das also mit diesem Aufwand so gearbeitet. Dafür habe ich Wertschätzung. Auch, dass es ja Momente gibt, in denen das dann auch grandios aufgeht. Also ich beschreibe gleich mal eine Sequenz, wo ich denke, wow, da hat sich der Einsatz auch gelohnt. Weil das ist sozusagen, das ist genauso experimentell wie alles andere in dem Film auch. Also experimentell als Wort für, nicht als konventionelle Erzählung, die mir mit einer Hauptfigur und einer Heldenreise es sozusagen auch fürs Herz aufbereitet, sondern es ist die ganze Zeit im wahrsten Sinne Kopfkino. Ja, also ich muss sozusagen mein Gehirn schon mit reinschmeißen, damit sozusagen die Erfahrung als Kinomoment funktioniert. Jetzt gibt es also dieses Ding, also ich finde ja oft war ich immer überfordert, auch von den Zwischentafeln, die mir, ja, ich ahne schon, wir blicken ein bisschen in die Zukunft auf das, was jetzt kommt. Aber oft habe ich nicht mal das inhaltlich richtig auffassen können, weil ja auch am Anfang die ganzen Namen herumgesteuert werden. Aber diese Sequenz, wo schon drin steht, der Vater wird seine Tochter einfach so dahergeben. Oh, das ist ja spannend so, ne? Also irgendwie ist das zum Beispiel auch, also das vorwegzunehmen, aber ich noch nicht weiß, wie sich das wohl so einfach geben wird. So, und dann sehe ich, ah ja, er gibt sie also in das Gotteshaus. Und ab da kommen jetzt die ganzen Überraschungen, weil noch nicht gleich. Wir fahren jetzt erst noch mal. Ich war dachte, auch eine Tür zu hören. Aber das ist so, wo ich merke, das jetzt plötzlich, also das war das erste Mal, dass mir bewusst war, dass das auch was Spielerisches hat. Ja, also nein, das ist vielleicht noch nicht das, wo er sie einfach hergibt, weil im nächsten Moment geht es um Leben und Tod. Und ganz kurz habe ich als Zuschauer, weil ich eh schon so viele schmutzige und hinterhältige Dinge erlebt habe und die Menschen da oft sich wirklich, also mit Würde nicht mal viel abgeben. Für kurz denke ich, um sein eigenes Leben zu retten, wird der Vater jetzt seine Tochter opfern, ja? Aber nein, das will er gar nicht, aber es kommt halt dazu. Das passiert trotzdem gewaltsam. Und so als besondere Schikane, muss man das ja verstehen in dem Moment, lassen sie ihn am Leben und nehmen sich die Tochter, ne? War für mich auch ein großer Überraschungsmoment dieses Films, wie viele der Figuren deutlich länger leben, oder wo ich schon dachte, der ist jetzt schon kurz, oder? Oh nein, er lebt noch. Also das sehe ich immer noch. Zwar sterben dann am Ende tatsächlich mal ein paar noch, aber viele so, oh. Genau, weil jetzt fällt mir, das ist ja noch die bitterste Pointe dieses einen kleinen Unterkapitels, dass der Vater ja dann auch noch gekreuzigt an sein Haustor, an seine Tür dort genagelt wird. Stimmt, deswegen dachte ich eigentlich, dass er das auch nicht überlebt, aber das ist ja später noch. Ja, da habe ich eben kurz überlegt, man sieht noch den Atem, spielt halt tot, aber man sieht es noch und dann habe ich auch gedacht, nee, der soll, glaube ich, dann hat er auch schon den Kopf nochmal so kurz bewegt und dann habe ich gesagt, okay, nee. Sollte war schon Absicht, ja, ja. Also das war, oh, ja. Aber das ist dann so, weißt du, also das ist dann, also das hat genau so einen düsternen Witz als Abschluss und auch, also das ist ein, das war für mich ein ziemlich packender Bogen. Und wenn ich jetzt so denke, na, ich konnte mich halt auch einfach gut reinversetzen, also in diese, diese, diese tragische Situation. Ich merke, das ist schon etwas, wenn mir das der Film verweigert, mich sozusagen so empathisch in, in die Charaktere hineinzufühlen, dann, dann werde ich ganz schön schnell orientierungslos. Also ich bin auch wahrscheinlich jemand, der, also das hat sicherlich auch was mit einer Sehgewohnheit zu tun, aber es hat, also vielleicht mit einer, also vielleicht mit einer grundsätzlichen Gewohnheit, des Geschichten erzählt. Das finde ich ja in allen anderen Medien, ob das jetzt Lieder oder Bücher sind, ja auch wieder die, diese Form über die Empathie des Konsumierenden, also mich so ein bisschen einfach hineinzuziehen in die Geschichte. Aber hier geht es eigentlich nicht drum. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, die Geschichte ist wie in so einem kleinen Glas mit Wasser, in dem, wenn man es ordentlich schüttelt, wieder die Flocken schön durcheinander gewirbelt werden und der Filmemacher einfach wirklich große Lust daran hat zu sehen, wie es diesmal fällt und dahin schwebt. Das ist also quasi immer ein ästhetisches Vergnügen. Also an der Oberfläche ist immer etwas Interessantes zu erleben. Aber ja, also ich, also hätte es, sage ich jetzt noch, drei weitere solche Momente gegeben wie diesen, dann wäre ich, glaube ich, sogar noch viel wärmer. Also ich hatte dann halt irgendwann auch schon die Vermutung, na, das bleibt wohl eher so ein singuläres Ereignis. Ja, es ist wirklich, also ich habe, ich finde den Humor des Films, oder ich finde, da ist durchaus immer Humor drin, immer wieder mal. Das geht gleich mit dieser ersten, die erste Tafel, die uns sozusagen begrüßt, macht das auch schon ein bisschen deutlich und wir sehen so eine Zaubergeschichte. Und dann eben auch dieser Erzähler, der dann einfach mal mittendrin, einfach mal, was machst du denn da? Also mit einer der Figuren beginnt zu sprechen, wie er dadurch auf die Idee kommt, dass möglicherweise der Erzähler nicht nur so gottgleich der Herr spricht, sondern es möglicherweise wirklich ist. Und das ist eigentlich richtig grandios. Und also entweder hat der Film noch viel mehr von solchen Stellen und ich bin gar nicht in der Lage, dass durch diese Übersetzungen, die in den Bildwelten und natürlich auch in den Sprachwelten ja noch drin ist, also wir haben ja eine englisch untertitelte Fassung von der Criterion Blu-ray gesehen. Also da sind noch mal so viele Momente, in denen der Kopf ja auch noch mal sich das alles zurechtschiebt. Und vielleicht könnte man sozusagen vielleicht auch als Tscheche das einfach wirklich noch mal ganz anders genießen. Aber vielleicht auch noch mal als Zeitgenosse vielleicht noch mehr. Das fand ich ja auch so einen vielleicht ganz interessanten Punkt, dass, glaube ich, irgendwo im Film auch eben einmal gesagt wird, dass die Geschichten ja auch immer Abbild der heutigen Zeit sind. Also nicht irgendwann, sondern es wird relativ am Anfang gleich gesagt vom Erzähler, irgendwie mit Blick auf die heutige Zeit. Und dass man ja auch wieder gucken könnte, was hat sich nur eigentlich groß geändert? Also wenn wir jetzt 67 sagen, irgendwie die haben ja alle mal zusammengekämpft und jetzt sind Nachbarn und jetzt sind wir aber doch wieder Feinde wegen so einer blöden Zwischenfalls. Und dann behandeln wir uns aber doch wieder ein bisschen gut und dann bringen wir es aber am Schluss trotzdem um und so. Da lassen sich sicherlich in den Jahren davor einige Parallelen finden, denke ich. Ja, aber ich überlege gerade, also es ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil jetzt sofort hätte ich noch nicht mal, könnte ich ja noch nicht mal griffig skizzieren, was habe ich dort eigentlich gesehen? Also dass ich gesehen habe, wie dort Menschen sich gegenseitig hintergehen, dass die, die wenig haben, immer noch einen draufkriegen und die, die viel haben, egoistisch und selbstsüchtig durch die Welt marschieren. Ja, okay, also da sehe ich natürlich auch klar, das ist so urmenschlich. Das wirkt halt oft nochmal besonders abstoßend und vielleicht in seiner ursten und rohesten Form in dieser Mittelalterwelt ist das nochmal stark nachzuerleben, was vielleicht auch heute noch völlig normal ist, nur einfach bestimmte Extreme stechen nicht mehr so ins Bild. Also die Leute sehen, wobei, ja, eigentlich stimmt, also ich, aber was, was, was gibt es zum Beispiel vielleicht irgendwie für dich so Hinweise auch vielleicht auch auf politische Entwicklung? Ja, ich überlege halt, ne, so 60er Jahre, ich meine, die Studentenunruhe und so, oder das ist ja dann eher 68 und wenn jetzt sagen, der Film hat auch ein paar Jahre in der Mache, aber naja, weiß nicht so, ne, Thema Entwicklung des realen Sozialismus, Kommunismus da in den Gegenden Europas. Ne, ja, dafür fehlen mir jetzt halt nur, also Sachen, die mir bewusst irgendwie jetzt in dieser Geschichte aufgefallen wären, ne, also ist da jetzt, also, ich kriege ja wirklich kaum die Figuren zusammen, helf mir doch nochmal gerade, gibt es da am Ende so eine Art Einigkeit zwischen den verfeindeten, also das sind doch eigentlich Familien oder Clans irgendwie, ne, und haben die zum Schluss, kommen die da irgendwie zusammen oder verwechsel ich da nur Gesichter und kriege es nicht richtig sortiert? Ja, in Anführungszeichen, na, die nehmen den alten Gefangene, mit dem, der die, der die, Ach, sie nehmen ihn gespalten? Okay, ja, das, das, ich konnte das nicht mehr so. Und da sagt er dann eben, als sie ihn da eben abtransportiert, den lassen sie ja am Leben, ja, mit dem habe ich ja früher gekämpft und als sie ihm hier den Kopf da in zwei Stücke geschlagen haben, das hat ihn überhaupt nicht gestört, der hat sich nicht mal, der hat sich irgendwie eine Tube Lehm da reingequetscht und weitergemacht. Also auch sozusagen, ne, das meine ich eben mit dem, sie waren mal Freunde oder haben zusammen gegen jemand anderen gekämpft und jetzt kämpfen sie aber gegeneinander, weil das eben, weil die Söhne halt mal die Falschen überfallen haben sozusagen und daraus sich noch einiges so dann entwickelt. Das sind ja wirklich so, ne, so in Anführungszeichen banale Sachen, der, der, dieser erste Überfall, äh, ich bin schon gar nicht mehr sehen, weil der eine davon kommt, ja, ich glaube, der Christian kommt davon, ne, oder weil der nicht umbringt und dann das, das ist das Erste und das Zweite ist eben, dass der Lazar, also Marketas Vater, dieses andere Ding da plündert und, äh, ungeschoren quasi davon kommt, obwohl er umgebracht hätte werden müssen und daraus entspinnen sich, aus diesen beiden Ereignissen entspinnen sich dann diese ganze tödliche Fede. Ja, also, ähm, auf jeden Fall ein ganz schön, ganz schön dicker Brocken und einerseits habe ich schon, da hätte ich schon Lust auf eine Zweitsichtung, andererseits auch so ein Ding, wo ich denke, okay, jetzt muss ich erst mal ein bisschen sacken lassen. Äh, bin ich dann gespannt, wie es dir denn jetzt geht. Ja, na, ich, äh, noch ist das ja der Plan, aber ich, also, ich möchte es gerne auch noch auf der Kinoleinwand sehen, ich finde, der gehört da auch hin. Äh, ich finde auch, dass der Moment, äh, das Weckdämmernds im Kino auch tatsächlich nochmal ein anderer ist, als hier auf dem Sofa, wo man sich mal gegenseitig nochmal so in die Seite haut. Du, äh, aufwachen. Ähm, es ist, ja, nee, also, ja, klar, äh, das, der, ich, es nimmt jetzt so die Frage, also, ich, sag mal so, ich, ich versuche zum Beispiel für mich jetzt zu organisieren, äh, unbedingt auch wirklich nochmal eine, eine, eine tschechische, eine einheimische Perspektive vielleicht auch mitzubringen. Äh, also, vielleicht gibt es da einen Menschen, äh, der aus Tschechien kommt und dazu vielleicht auch wirklich nochmal eine andere Perspektive hat. Allerdings, weißt du, würdest du mir jetzt einen Film aus den 60ern zeigen, aus Deutschland, ne, der, äh, der, äh, äh, verkopft und, 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 und auch mit, mit Lust am Experiment daherkommt. Wenn du mir so einen Film aus den 60ern aus Deutschland zeigst, dann würde ich ja aber, äh, erst mal die Füße küssen und sagen, wow, wo ist der Typ geblieben, der so ne geilen Bilder gemacht hat? Kann man, kann man so sagen, ne? Kann man so sagen. Also, ich bin noch ein bisschen gespannt, ob da nochmal, äh, es gibt schon noch so eins, zwei, äh, so legendäre, äh, ähm, formhafte, äh, Filme, auch aus der DEFA-Zeit. Äh, wir haben auch noch den ein oder anderen, äh, äh, Film, äh, aus, aus, aus Westdeutschland von der Zeit auch noch nicht gesehen, aber ich vermute auch fast, ne? Also, das, und das von dem Fall, Also, wenn, wenn, wenn wir fünf Filme finden, die, die, die geiler, äh, inszeniert sind und mit der Kamera arbeiten als dieser. Na, ich, ich wäre sogar, Max, derzeit wäre ich noch dabei bei der Stahlentese. Nein, es gibt gar keinen einzigen Film, der, äh, mit, mit einer solchen Cinemascope-Bildwucht, also, das war offenbar nicht das Interesse, das, es gab andere Themen, so, oder, ne? Also, es, äh, Was, ähm, du erinnerst dich vielleicht noch an Es ist schwer, ein Gott zu sein. Ich erinnere mich da sehr wohl. Ein, ein Film, der auch in den Besprechungen mal irgendwie so auftaucht. Ich finde, die haben eigentlich nicht viel gemein. Also, man könnte jetzt sagen, naja, schwarz-weiß, irgendwie so eine mittelalterliche Welt. Aber ich finde, das ist auch, und dann hört es aber auch schon völlig auf, finde ich, vielleicht noch die Länge der Produktionszeit, aber das eine ist eben ein Film von vor ein paar Jahren, der andere ist jetzt von 67, anderes Bildformat. Also, ich finde die schwer, oder ich verstehe, dass die in einem Atemzug manchmal genannt werden, um irgendwie bestimmte Erwartungen zu wecken, finde das aber durchaus irreführend. Also, ich halte die für grundverschieden. Wie geht es dir so mit, was kommt, geht dir da so in den Kopf? Also, ich kann, also, auf einer, da kann ich auch wirklich eher nur auf so einer sinnlichen Ebene antworten, weil mir tatsächlich beide Filme zu fremd geblieben sind, was den Inhalt angeht. Also, so ganz, ganz von außen betrachtet geht es tatsächlich, also, sind so die, wenn man zu weit von außen guckt, sind sie sich inhaltlich dann doch schon wieder ähnlich, aber jetzt vom Plot ausgeguckt, sind sie auf jeden Fall unterschiedlich und haben auch eine andere Haltung, das zu erzählen. Also, gelegentlich bin ich in diesem Film auch in den Köpfen der Menschen, in Es ist schwer in Gott zu sein, bin ich gefühlt ständig, also auch in den Wortfetzen und Gedankenwelten. Genau, bin ich eigentlich, und dann auch durch diese wirklich oft sehr subjektiv wirkende Kamera, in Es ist schwer in Gott zu sein, die ja so mit den Leuten durch die Gänge hetzt, schleicht und horkelt und stolpert. Genau, das ist auf jeden Fall ein anderer Film, gar keine Frage. Was so aber so dieses Seherlebnis angeht, dass ich sozusagen sehr überzeugende Mittelalterwelten, die keinen Glanz versprühen, die schmutzig sind, die aber eine, irgendwie eine gewisse Schönheit in diesen Kinobildern entwickeln. Und dass es so ein bisschen doll die ganze Zeit an mir vorbeizieht, das ist, also das würde ich sogar sehr nah, also, das kommt mir sehr ähnlich vor. Aber das ist tatsächlich eher sozusagen das Seherlebnis als die Filme selber. Also, auch nochmal ein ganz anderer Film in strahlend bunten Farben könnte, glaube ich, ein ähnliches Seherlebnis, glaube ich, nochmal hervorrufen. Finde Maketa hat eine äußerst stringente Erzählweise, eine gut folgbare Handlung im Vergleich zu einem Gott zu sein. Nee, ich finde, also, ja, ich finde, dass Maketa sich da hinbewegt. Also, während es, glaube ich, bei, also, man könnte vielleicht sagen, der Gott, der bewegt sich immer weiter weg von allem. Und bei Maketa wird es dann immer greifbarer. Aber die erste Stunde ist bei Maketa, also, es sei denn, ich konnte da nicht gut durchsteigen, bis sich da für mich das so langsam zusammengesetzt hat. Also, wenn ich am Ende, es ist ja wirklich dankbar bei Maketa, dass es am Ende einfach mal so eine schöne, klassische Konfrontation gibt, die stehen da so am Berg und da sind die, da sind die, das ist das, was sie wollen, ne, das ist mein Sohn, den will ich haben und, ja, und hier und bringt ihn um. Dann ist irgendwie so, ach so, dann ist mal alles kurz klar. Das meine ich mit diesem, das so hintenrum wird es mal ganz kurz, ah, alles klar, ich habe es gecheckt. Ach so ist das. Das war ja einfach. Ja, ja. Einen solchen Moment gibt es in, es ist schwer in Gott zu sein, nie. Den gab es, als ich die Inhaltsangabe vorher mal gelesen habe. Und danach habe ich danach gesucht in dem Film. Ja, also insofern auch da durchaus Zustimmung, aber mit Einschränkungen. Ja, also ich, tatsächlich ist unter dem Strich das nicht sehr sinnvoll, die zu vergleichen. Ich habe das aber tatsächlich auch schon, ähm, äh, sozusagen für mich so gemacht, dass ich, äh, für mich gesagt habe, ich lasse mich jetzt auf ein ähnliches Seherlebnis wie bei dem Gott ein, ja. Also das war tatsächlich, also, und das sehe ich auch bestätigt, aber das ist eigentlich eine sehr, das ist was sehr Subjektives und Individuelles. Ich erwarte, also, ich gehe auch davon aus, dass es den Menschen nicht immer gleich geht, äh, in einem Saal. Ja, aber dennoch, ja, weil es vielleicht nochmal ein bisschen darauf hinweist, so, ne, die, die Herausforderung, äh, so sozusagen in solchen Filmen zu schauen. Ich, ähm, also, ne, während mir, es ist schwer ein Gott zu sein, fast auch ein wenig, äh, aus der Zeit gefallen vorkommt, ähm, ist das jetzt so aus den, aus den, aus diesen neuen Wellen heraus, wenn ich so mit Blick auf Sachen aus der gleichen Zeit, aus Italien, äh, äh, Polen schaue, also kommt mir das irgendwie bekannt vor? Ich meine damit jetzt nicht, dass die Inszenierung identisch ist, ne, aber wirklich so dieses Streben nach neuen Formen, das, äh, also oft auch damit zu tun hat, na ja, warum muss denn einfach Geschichte immer, also, ähm, wo, also, 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 so, ich meine, du sagst, der ist straight forward, aber trotzdem fällt uns auf, dass der ja jetzt also nicht so eine griffige Hauptfigur hat, ne, damit muss man zum Beispiel einfach klarkommen. Vielleicht ist das, und, und, und ich glaube, das ist so das, was dann, äh, probiert worden ist. Also, lasst uns gucken, wie es auch irgendwie anders geht. Und, äh, eigentlich bin ich dafür offen. Ich muss aber dieses Wort eigentlich davor packen, weil ich gemerkt habe, dass es mich dann so sehr herausfordert. Ja. Also, ich, ich bin, ich, ich, ich glaube manchmal, ich glaube, ich kann besser mitgehen, wenn für mich greifbar ist, ähm, ähm, was, 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 was ist der Anlass? Was ist der Grund, das zu tun? Ich brauche das nicht, ich, ich, ich möchte das nicht als Erklärung im Film irgendwie eins zu eins geliefert bekommen, aber ich möchte schon auch gerne den Raum haben, selber drauf zu kommen. Ich kann einfach mal sagen, ich bin auch bei diesem Film nicht drauf gekommen, warum das so sein könnte, ne, warum das jetzt, äh, diese, manchmal sehr abstrakte Form findet. Und würde auch sagen, dass es dem Film einfach unterschiedlich gut gelingt, das zusammenzubringen, ähm, ich finde, äh, in diesen, in diesen Traumsequenzen, in denen, weißt du, so dieses, eigentlich auch die allererste ist ja eigentlich die, wo, äh, es zu dieser, äh, diesem erotischen Moment im Feld kommt, der ja dadurch auch, also der ist ja sehr unheimlich auch, weil da wird ein, äh, Vogel ausblutet aus, ähm, es wirkt verboten und, aber sie meinen, ne, der tut der Unschuld. Ja, ja, genau. Genau, also das sind so, also ich finde, dass das da, also da bin ich ja eigentlich auch dabei. Und, also ich mag nicht akzeptieren, dass es dazwischen diese spröden Momente gibt, ne, bis zur, bis zur nächsten Sequenz, die dann wieder einrastet. Ich glaube, ich habe schon die Erwartung, dass ein Film die ganze Zeit mich so packt. Aber, ja, du, ist auch für mich okay, wenn, wenn, wenn sozusagen auch genau das eine Idee ist, zu sagen, nee, nee, so einfach ist das nicht. Weil, weißt du, es ist ja auch eine Form von Gefälligkeit, so es, also es erträglicher zu machen oder so. Ich weiß auch nicht. Also ein Film, der die ganze Zeit zu tun hat, will er erträglich sein, den will ich auch nicht. An Konventionen, ne, zu halten. Und, also ich glaube, das gerade, also das erleben wir auch heutzutage noch viel stärker, wenn es eben darum geht, ob irgendwelche größer budgetierten Projekte bewilligt werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier The Great Wall demnächst mit, äh, Matt Damon. Matt Damon, ne, also der, das ist eben in dem, oder Last Samurai eben ja auch vor Jahren mit Tom Cruise. Das ist immer der, der, der bekannte oder der uns nahestehende, eine nahestehende Figur eben, europäischer Hintergrund oder amerikanischer Hintergrund, der dann in einer, in Anführungszeichen, fremden Zivilisation, Kultur unterwegs ist, eben in Asien oder Afrika oder sonst was, gibt es ja viel. Oder Blood Diamond mit Leonardo DiCaprio so als Identifikationsfigur und sowas. Und hier ist es eben, die Leute sind uns jetzt eigentlich auch, sag ich mal, halbwegs nahe, ne, was du den Kulturkreis ankommst. Aber dadurch, dass es eben relativ viele sind und jeder mal seine Anteile kriegt und mal mehr und mal weniger, ist es eben nicht immer so leicht oder ungewohnt für uns, behaupte ich jetzt mal, also für mich auf jeden Fall ungewohnt eben, ach ja, sonst habe ich irgendwie einen, an dem ich mehr klebe und jetzt habe ich hier so wenigstens sechs, sechs, sieben, die, ähm, diese Handlung ausmachen, dieses Zentrum ausmachen. Das ist auch kein, kein, äh, Ensemble-Film, ne, auch wenn wir eben so relativ viele Leute dabei haben, die, aber eben eher so als Einzelne dann agieren. Ja, fast. Also ich meine, es ist ja wirklich so, dass im letzten Drittel am Anfang ich so denke, oh, also der Film ist ja, ist in den ersten zwei Kapitel geteilt? Zwei Teil, Teil eins, Teil zwei. okay. Aber sozusagen das, das zweite Teil vom zweiten Teil, der beginnt ja, dass wirklich vieles so zusammenkommt. Zum Beispiel finde ich ja sehr interessant, wenn es diesen Moment gibt, also durchaus auch eine Szene, die mir hängen bleibt, die auch durchaus auch mein Herz erreicht, ähm, wenn die dort, äh, Gefangene zusammenkommen, die vorher Feinde waren, ne, also, äh, also der, ich will nicht gerade, ist das der Christian und der eine, der die Marketa vergewaltigt hat und Marketa selber ist mit dabei und dann, äh, fällt dem Christian ein zu sagen, ähm, dass er das jetzt auch ganz bewusst gut durchstehen will, auch gemeinsam, auch mit dir so, ne, also du mein ehemaliger Feind, so als Unterzeile, die nicht gesprochen wird, ähm, äh, das ist sowas, wo ich denke, ach ja, okay, jetzt, äh, wir haben die Einzelnen so in verschiedenen Episoden erlebt, wo die sich vielleicht auch begegnet sind und durch, durch Taten auch sich tiefe, äh, Narben zugefügt haben, tiefe Wunden und jetzt kommen die, müssen alle irgendwie gemeinsam, aber das, das ist ja auch nur so eine kurze Episode, das bleibt ja so nicht, vor allem wird da glaube ich auch gesagt, dass sie eben das gleiche Blut in ihren Adeln haben, ne, durch ihre Vorfahren, dass sie schon irgendwie um fünf Ecken verwandt sind. Ja, also eigentlich ist es kurz davor, oh ja, genau, jetzt, das wäre jetzt so der Film, den ich jetzt gerne sehen würde und, ah nein, das ist nicht das Interesse, es sind, ja, ja, das zeigt ja eigentlich, weil er macht dann auch nochmal diese, diese Ebene des Absurden, ja, nochmal auf, die, die schlagen sich da die Köpfe ein, ne, also schon allein diese Anlässe und woraus sich das erwächst und dann aber auch, naja, eigentlich sind wir ja auch Brüder, nicht nur, weil wir eigentlich Menschen ja sind, alle Menschen und alle gleich, sondern wir sind tatsächlich auch miteinander verwandt nochmal, und trotzdem knüppeln wir uns da auf die Rübe. Das ist schon. Wir können ja kurz nochmal den einen Aspekt hineinflechten für Menschen, die den auch noch nicht gesehen haben, äh, durchaus, äh, amüsant und, und, äh, ja, irgendwie, meistens sogar ganz schön stimmig ist auch die Verwendung der deutschen Sprache in diesem Film. Ja. äh, gibt dort, äh, also ich meine, muss ich eigentlich so verstehen, dass eigentlich sprechen die alle Deutsch und nur für diesen Film, also sollen, es ist irgendwie, irgendwie ist es so durchmischend. Ich glaube nicht, dass die alle Deutsch sprechen. Die, die in den höheren Rängen, beziehungsweise irgendwie die, die Adjutanten anscheinend, äh, sind wohl beiden sprachenmächtig, aber sonst ist das eben, also wie gesagt, es sollen ja Sachsen sein, ne, oder Herr Zug zum Sachsen. und jetzt, äh, so sattelfest bin ich jetzt auch nicht, was jetzt die, äh, die, äh, die Perzug-Tümer und sowas angeht, aber. ne, nur auch, was der Film jetzt vielleicht uns irgendwie gibt, weil da einige halt hin und her switchen zwischen äh, äh, und, äh, und, äh, äh, eigentlich bis auf diesen einen, äh, 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 der da auch nach seinem Sohn immer schreit, äh, der das dann manchmal an zwei, drei Stellen, äh, äh, zu, also etwas übertreibt und dann in so ein, in so ein Overacting irgendwie reinkommt, äh, mag ich das total gerne, dass das also, äh, also, das sind jetzt halt nicht irgendwelche Leute, die versuchen, Deutsch zu sprechen, sondern das sind offensichtlich, äh, äh, deutsche Schauspieler, oder mindestens deutsche Sprecher, das ist nicht immer, also der Film ist größtenteils auch, äh, äh, im Studio, glaube ich, erst vertont worden, ähm, insofern nicht klar, ob die Schauspieler das auch schon so dort gesprochen haben am Set, ähm, aber ich mag das irgendwie, weil es oft auch so was Umgangssprachliches hat, also, gibt eben auch noch ein weiteres Stückchen Natürlichkeit hinein, die ich, das ist richtig, ja, das erinnert mich so ein bisschen an M, äh, wo ja auch nicht einfach nur Deutsch gesprochen wird, sondern auch in den verschiedenen Mundarten und Dialekten ist, ja, das stimmt, ja, statt einfach nur so dieses, äh, steril Blatt ablesen, Hochdeutsch. Ich weiß nicht, ob das authentisch ist, ob, äh, die Sachsen damals auch schon ganz anders geklungen haben für unsere heutigen Ohren. Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Äh, ja, nee, stimmt, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, ja. Frage ich mich zum Beispiel auch, ob das im, im tschechischen Original dann eigentlich untertitelt ist, oder ob diese Passagen, die auf Deutsch sind, einfach halt durchlaufen, so wie, weil es stirbt langsam halt, dass Deutsch auch nicht untertitelt ist. könnte Grenzen haben, während es gerade so am Anfang, es passiert ja gleich auch in der ersten Szene, wäre das, glaube ich, alles, äh, ganz gut zu verknusen, aber, also, ich habe vieles dann auch wirklich gebraucht, um nochmal genauer zu verstehen, wer da was eigentlich von wem will. Nee, müsste, ja, ist interessant, eine gute Frage. und, fangen wir mal nach Tschechien. Ja. Ja. Ja, das ist krass, also vor allem, wenn man dann auch immer gleich diesen Effekt hat, ah ja, ich brauchte keinen Untertitel lesen, ich verstehe ihn. Ja, ja, ich habe sicher jetzt halt immer die Untertitel gelesen, weil manchmal war da, war das so im Fluss, dass ich nicht ganz sicher war. Vor allem, weil es ja auch damit losging, also, abgesehen vom Erzähler, aber die im Film zu sehenden Personen dann erstmal Deutsch sprechen, und das war auch gleich so dieses, ah ja, ich verstehe, was du gesagt hast. Aber man neigt in der modernen Zeit auch dazu, nochmal auf die Audiotaste zu klicken, ob man jetzt per se nicht eine falsche Sprachversion eingestellt hat, die es ja gar nicht gibt, denn den Film gibt es definitiv nicht in deutscher Synchronfassung. Richtig. Wahrscheinlich auch anderweitig gar nicht irgendwie synchronisiert können. Nee, nee, ist ja nicht passiert, ist ja nie in Deutschland. Nee, ich meine auch nicht nur nicht in Deutschland, sondern auch anderweitig in anderen Ländern würde ich jetzt. Das kann ich so nicht sagen, das weiß ich nicht. Daran zweifeln. Ja. Ja. Also, die Maketa. Definitiv keine, keine uneingeschränkte Empfehlung im Sinne von, kann sich jeder angucken, man sollte vielleicht schon ein bisschen Respekt mitbringen, keine Angst haben. Aber das ist schon mal ein Ding, das, und gerade wenn man die Chance hat, das irgendwo noch im Kino zu sehen oder auf einer großen Leinwand, da drückt das einen schon ordentlich in den Sitz. Ja, ich finde es so von der Kategorie, du denkst, du hast schon alles gesehen, dann musst du den noch gucken. Oder auch, ich brauche mal wieder eine Herausforderung, dann ist man hier auf jeden Fall richtig. und ich finde, sozusagen, für die Menschen, die sich darauf einlassen, stimmt dann schon auch das Entlohnungslevel. Aber ich, ja, das ist ja, ist ja schon mehrfach angeklungen, es hat mich mehrfach mal in den Sekundenschlaf hineingetrieben. Das mag ja vielleicht was mit Vertrauen zu tun haben. Also ich hatte natürlich von vornherein so diese Befürchtung, oh ja, mein Tag heute war schon wieder so, ich habe nicht mir nochmal mein Mittagsschläfchen machen können, dass ich dann da nochmal durchhöre und dass auf jeden Fall irgendwann einmal die Sense kommen wird und die kam auch, aber es hat sich noch halbwegs, noch eine Tüte Chips gefunden, das hat mich noch so ganz gut gerettet. Also die kann man, wenn man die jetzt nicht gerade im Kino guckt, aber wenn man so eine Pause mal einlegt, das ist auch kein Verbrechen. Ja, du, ich bin ja so ein Typ, würde ich diesen, also würden wir hier einen Lieblingsfilm von mir gucken und du würdest dabei zwischendurch einschlafen, ich würde zunehmend wütender auf dich einkrommeln, naja, das geht ja auch gar nicht und du musst doch mal dafür sorgen, dass du der richtigen Rezeptionshaltung bist und Ich überlege ja auch immer, wenn ich dich so und dann finde ich, ah, finde ich jetzt haben wir schon scheiße oder ist halt einfach wieder dieses, naja, man hat halt mal kurz den, die Sense kommt oder du lässt mich dann überraschen. Also einschlafen ist bei mir wirklich völlig geschmacksfrei. Es steht einfach fest, dass es Filme gibt, die mich noch zu den abgefahrensten Zeiten wachhalten, da ist mir dann alles egal. Ich hau immer wieder gerne mal rein. 2001 und es war einmal in Amerika, beides Filme, die ich im tiefsten Nachtprogramm des Fernsehens damals erstmals gesehen habe. also wirklich sowas wie von ein bis vier Uhr nachts 2001 und ich glaube, es war einmal in Amerika, fing sogar erst um zwei an und war dann um sechs fertig, weil halt so schön, es sind so die Zeiten, wo dann auch das Privatfernsehen damals das mit der Werbung dann sein gelassen hat und das waren beides Sachen einfach nur so beim Zappen so interessant, könnte man sich ja angucken, fängt ja gerade an und dann zu erleben, wie es einen so hineinzieht und mich dann halt in dem Fall total stark fesselt und ich weiß ja, dass zum Beispiel 2001 definitiv ein Fall für Alter, wie konntest du denn da überhaupt die ersten 20 Minuten wach bleiben? Also ich merke, dass es also auf jeden Fall Filme gibt, die mich auch in einer weniger auf Empathie setzenden Erzählweise erreichen können und der gehörte nicht dazu. Vielleicht ja beim zweiten Mal. Ja, wir werden das dann noch nachreichen, obwohl ich jetzt glaube ich etwas vorsichtiger werde mit unserer neuen monatlichen Erscheinungsweise, dass ich Sachen in einer Folge verspreche, die wir in der nächsten machen, weil ob ich das bis dahin dann selbst nicht schon wieder vergessen habe. Da muss ich mich auch noch gewöhnen. Ja. Gucken, ob ich nochmal irgendwann Sissy 2 und 3 nachreichen kann. 2.0 ist mein erster Film dieses Jahr. Ich habe es vorher noch nicht geschafft, ich wollte mir noch heute noch überlegt, aber das war die Nummer 1. Tja, du, ich bin jetzt gerade hier so stark im Erzählerlebnis, ich komme gerade gar nicht drauf, was ich denn zwischendurch schon geguckt haben könnte, aber es könnte schon sein. Ach, das Jahr ist ja auch noch so jung. Ja, das stimmt. Ja, du hast recht, das ist auch mein erstes. Die Überlegung, einen Film zu gucken, kam dann immer so mit, ach je, wir haben jetzt neue Sender, was kommt denn da noch so? Wenn denn als Filmerlebnis jetzt mal bitte nicht mitgezählt wird, dass ich auch den aktuellen Polizeiruf 1.0 im Fernsehen gesehen habe, da gibt es ja so eine Rostocker Ausgabe, die mich übrigens ziemlich wütend gemacht hat. Es ist schon ein Film dann. Ja? Wenn du ihn geguckt hast. Ja, es ist bekloppt. Ich rate ab. Hast du schon mal gesehen? Nee, den nicht. Also irgendeine hatte ich glaube ich mal geguckt. Ja. Vielleicht der erste oder so, aber das überschneidet sich sowieso meistens mit meinen Arbeitszeiten und so. Ja, du, das Rostock-Flair ist auch überschaubar. Das kann ich auch gut verstehen. Ich finde das jetzt ja auch nicht die großartigste Location von der ganzen Welt. Ist immer ein bisschen süß, wie es den ein oder anderen Hamburg-Drehort gibt, den man da als Ortskundiger wiedererkennt. Und dann gibt es dann so diese zwei, drei Alibi-Shots aus Rostock. Jo, es gibt auch bei uns aber kein Alibi wieder Shots aus Rostock und zwar in vier Wochen. Ich möchte noch erwähnen den Kommentar von Rainer. Oh ja, was für eine Freude. Der uns direkt zu Neujahr, ich glaube sogar relativ noch am Vormittag kommentiert hat, dass er jetzt bei uns hängen geblieben ist, dann durch den Spätfilm-Adventskalender drauf gestoßen ist. Also wer bei Spätfilmen mal, wer noch ein bisschen Weihnachtsstimmung wieder aufleben lassen will, der kann sich da natürlich den Adventskalender hören. Da sind auch ganz viele andere Podcasts eben noch mit dabei gewesen. Riesenarbeit muss das gewesen sein für den Daniel vom Spätfilm. Großen Respekt dafür. Da wüsste ich zum Beispiel nicht, wie wir diese Zeit aufhören können, auf eine Ansatzweise für einen halben Adventskalender oder so. Und du willst erneut anfängst zu schneiden während deiner Arbeitszeit, wenn er filmen will. Und der Rainer hat uns eben gesagt, er hat dann drei, vier Folgen gehört und war auch über Sissy sehr erfreut. Und ja, das hat uns oder das hat mich mit einem Lächeln mal wieder vor dem Bildschirm zurückgelassen. Du hast uns auf jeden Fall einen echten Aufmerksamkeitshit beschert mit Sissy und ein durchaus unvergessliches Seherlebnis, von dem ich dachte, ich würde es nie haben. Und so, boom, kommen die neuen Zuhörer zu uns. Finde ich schön. Bleibt bei uns und lasst uns auch gerne weiterhin wissen, was ihr so denkt, was ihr so meint, was ihr euch so wünscht. Wir können überhaupt gar nichts versprechen, außer regelmäßig neue Ausgaben liefern. In diesem Sinne, guckt Filme, habt Spaß dabei, das ganze Jahr, jedes Jahr. Auf Wiederhören. Ciao.